... Wiedersehen.... Ich bin bei der Treppe. Ja, der ist einer. Irgendwo springt noch einer die ganze Zeit unten raus. Hat sie mich nicht gesehen? Ich nehme mal stark an nicht. Alter, Bunkel, was geht? Der Ragequid. Der Bunkel, der Ragequid. Die ist Ragequid gegangen. War gut. Flisch hier. Kommt um drei Kills an und flitzt hier. Oh mama. Das ist fein. Mit dir und an dir sind gewisse Unterschiede. Becci spielt gerade Rainbow. Ich weiß nicht, ob sie das alleine macht. Bunkel, frag mal Becci, ob sie sich gerade alleine macht oder ob sie es mit uns machen möchte. Ja, genau so schreibst du das bitte. Ich schreib das und ich sag das jetzt. Ich schreib dir so, ey, damma glass. Hallo Becci, wir haben gerade gesehen, dass du Rainbow spielst und ich wollte mal fragen, ob du es dir Weisern alleine machen möchtest oder ob du es mit uns machen möchtest. Ich muss den Kopf beraten, Himmel. Boah, ich muss den Kopf beraten, Himmel. Pst. Der Gegner versucht nicht mehr... Oh, ey. Alter. Alter. Okay. So groß. Also bist du mich gerade voll bezogen. Oh, ey, ey, ey. Bessen Osten, Bessen Osten. Sprühen. Olli, die ist geil. Die ist geil verstärkt hier. Olli, hier ist verstärkt. Du kannst... Aber hier ist gar nicht verstärkt. Ja, da, da. Also im Raum... Soll ich hier auch? Andrik, ich fuse da mal eben rein. Im Raum ist nur eine, ähm, ist nur dort im kleineren Raum, also in dem Bad. Funke, nice. Nice one. Oh, hier geht auch. Dann mach ich da gleich mal auf. Achtung! Hab Jäger im Visier. Oh, ich hab ihn. Schöne Sache, Becky. Oh Gott. Die machen wir hier richtig fertig jetzt. Gut, Fenster, kommt keiner. Wo ist der? Die nicht so ganz. Der hat auf mich geschossen. Der hat auf mich geschossen. Oh nein. Du bist in mein Stoß gerannt. Olli. Olli. Komm zu mir. Das geht zu dir. Wo bist du? Nein. Alter, was ist denn das für ein Winkel? Ich kann überhaupt nichts sehen und trifft mich immer in der Zeit. Ja. Wieso, wieso stirbt sie nicht durch einen Kopfschuss? Ich wusste nicht mehr, wo der sein soll. Mach da auf. Genau neben dir auch. Nein, 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 nein. Du warst doch schon da. Ja! Alle, gib mir Deckung. Ich fuse nochmal rein. Ich hab noch einen. Olli, pass auf. Ich fuse nochmal rein. Nice. 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 Der könnte eventuell genau rechts von dir gehen. Leute, jetzt mit der Badewanne hoch. Noll. Oh. Boah. Weggesprengt, Alter. Scheiße. Läuft, Olli. Aber mein Internet ist allgemein seit gestern. Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Ein zweiter Drop. Was? Das kann... Was? Kann Job Open 2. Blass ist hier bei den Fenstern. Drei Bahne und... Drei Bahne und... Drei Bahne sind eigentlich alle... Drei Bahne. Ich werde dich mit Blass wieder gehalten. Schön dunkel. Ja, so viel erlebt noch. Die steht wieder auf. Magazin wechsel! Ich glaube, ich habe Blass. Ich bin mir aber nicht sicher. Oben auf dem Dach ist definitiv nur einer von den beiden. Ja, so vier. Ach, so vier, ne? Ja, die ist wieder aufgestanden. Hundertprozentig. Nur noch ein Gegner übrig. Nice. Das war echt. Sophia mit einem Leben. Wiedersehen. Nice. Nice. So. Pass auf, die Kapkan-Fallen auf, ne? Ja, da ist eine Kapkan-Falle direkt, wenn man da rein will zur Garage und die Wände sind da verstärkt. Okay, ich drohne weiter vor. Achtung. Ah, da ist jemand. Ja. Ja. Mischen ist da. Mischen ist da. Jo. Mischen ist da. Mira kommt von der Treppe. Achtung. Oh. Ja, ich stehe hier und ziehe das Feuer auf mich. Oh. Oh. Ist der wieder raus. Ist der wieder drin. Ja, der rennt den Flur rauf und runter. Hab ihn. Abgeknallt. Nice. Ja. Sorry. 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 Alles gut. Alles gut. Ja. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Der war voll auf dich konzentriert. Ich dachte, er kriegt mich. Also an. Ja. Elektronik-Scanner aktiviert. Wenn es eine Batterie hat, dann finde ich es. Ei, die Wand hier aufknarzen. Ne, doch nicht. Jetzt haben wir nämlich genau dasselbe gemacht wie die, nur besser. Olli? Die Wand. Oder die Wand noch besser. Ei, ei. Die hier. Das ist auch, dass sie euch nicht umkreisen. Ich hab die Tür hier hinten zugestellt. Okay. Aufsda. Aufsda mit Olli. Ich geh rein. Ich geh rein. Ich geh rein. 10 Sekunden. Bisschen Gas geben. Hintere hinter den Nulltonnen. Ah, ihr Ecken hier. Hintere hinter den Nulltonnen. So. Ja, da sind sie beide. Alles klar. Team. Nein. Oh. Oh. Ich wollte doch... Egal. ... Enden. Und jetzt. Machen. ich gehe weiter kapkan haben sie in den holzpaneelen oder nee kapkan haben wir nicht. give them hell ich krieg die dunkel die wand direkt vor dir kannst du theoretisch aufmachen das mache ich auch schöne sache nur noch wird wieder im raum sein wunderschöne sache die schnane Lass mich. Bitch, diesmal nicht, du Hugensohn. Wieso treffe ich ihn nicht? Oh, außer Hüfte. Das war's.